Des Weiteren möchte ich heute auch den Rahmen nutzen, mich mal für die Präsenz für einen extremen Bergsteiger aus Ergang-Wetzendorf zu bedanken, der unseren kleinen Ort in die Welt hinausgetragen hat, auf die höchsten Gipfel in der Welt, so muss man es sagen. Ich habe vorhin mit ihm kurz gesprochen und sagte, das ist ja ein Witz, ich war vor 14 Tagen auf der Kreizerhütte, das ist ja dann wie ein Sonntagsspaziergang, den man mal eben beimacht. Und ich möchte heute den Rahmen nutzen, Jörg, da bitte ich dich mal nach vorn, dir etwas mitzugeben, was du auf deiner nächsten Gipfelbesteigung mitnehmen kannst, um auch etwas Langwetzendorf in die weite Welt zu tragen. So, das wird, hoffe ich, nach einer sicheren Besteigung auf dem nächsten Gipfel verewigt werden. Danke, Jürgen, dass du für uns hier vor Landwetzendorf so viel Werbung unserer ganzen Welt machst.